Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, diese Schlussrunde bietet natürlich die Gelegenheit, einmal Bilanz zu ziehen über die vergangene Woche und einmal diese Woche Revue passieren zu lassen. Ich bin der festen Überzeugung, unser Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat einen guten Entwurf eingebracht. Wir haben im parlamentarischen Verfahren an diesem Entwurf gearbeitet, Impulse gesetzt und in der Bereinigungssitzung, wir haben es gerade von der Vorsitzenden des Ausschusses gehört, haben wir alleine 160 Anträge der Koalition beschlossen. Doch einzelne Anmerkungen im Vorfeld seien mir erlaubt. Wir leben in Deutschland nach wie vor in einem der friedlichsten und sichersten und demokratischsten Länder der Welt. Die finanzielle Situation, die wir vorfinden, um die beneiden uns viele. Die Einnahmen steigen in den letzten Jahren deutlich und das vierte Jahr in Folge nehmen wir keine neuen Schulden auf. Wo, meine Damen und Herren, gibt es eine vergleichbare Situation. Wir können an dieser Stelle durchaus innehalten und das immer mal wieder selbstbewusst nach außen tragen und es den Bürgern vermitteln. Und Frau Lötzsch, da unterscheiden wir uns deutlich in der Meinung, das können wir selbstbewusst tun und das hat nichts mit Selbstzufriedenheit zu tun. Aber wir können selbstbewusst diese Leistung durchaus nach außen immer wieder postulieren. Natürlich profitieren wir von einem niedrigen Zinsniveau. Das ist ja keine Frage. Wir sparen im Haushalt dadurch Milliarden Jahr für Jahr. Aber aus verschiedenen, unterschiedlichen Gründen wären wir froh. Und der Bundesfinanzminister an erster Stelle, wenn das Finanz-, wenn das Zinsniveau wieder steigen würde, auch wenn es eine finanzielle Belastung für den Haushalt darstellen würde. Natürlich profitieren wir von der wirtschaftlichen Entwicklung in diesem Land. Gut 43 Millionen Menschen in Arbeit und Beschäftigung. Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt. Die Anzahl der prekären Arbeitsverhältnisse sinkt. Die Rente steigt. Die Arbeitslosigkeit sinkt. Die niedrigste seit 25 Jahren. Natürlich hat das viel mit unserem Mittelstand zu tun, mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Aber das ist ja gerade die Besonderheit, die wir in diesem Land im Vergleich zu anderen haben. Und deswegen müssen wir uns auch in Zukunft um die Leistungsfähigkeit des Mittelstandes kümmern. Denn die ist die Grundlage für unseren Wohlstand. Aber diese Situation, die wir in unserem Land vorfinden, hat auch was mit politischen Entscheidungen zu tun. Hat auch was mit Verlässlichkeit, Kontinuität und Rahmenbedingungen zu tun. Und da hat, glaube ich, dieses Haus Gutes geleistet. Wir müssen für die Zukunft vorsorgen. Denn keiner weiß, ob sich diese wirtschaftliche und damit finanzielle Situation in den nächsten Jahren auch so zeigen wird. Und frei nach Ludwig Erhard haben wir die Pflicht, in Generationen zu denken und für unsere Kinder und Enkel ein festes Fundament zu bauen. Die Kritik, die ich in den letzten Tagen wahrgenommen habe, war unterschiedlich. Kritik kam auf, wir investieren zu wenig. Das kann man natürlich leicht entkräften. Rund 36 Milliarden Euro, 11 Prozent des Haushaltes werden investiert. Die höchste Quote seit 16 Jahren, ausgenommen 2012 die Sondereffekte bei der ESM-Einlage. Das Problem, das wissen wir alle, und wir haben vorhin den Verkehrsetat debattiert, ist nicht mehr die Finanzierung von staatlichen Investitionsmaßnahmen. Das Problem liegt vielmehr woanders bei der Planungskapazität und der Komplexität unseres Planungsrechts, sowohl auf der Bundes-, Landes-, als auch auf der kommunalen Ebene. Und daran müssen wir in Zukunft arbeiten, um Investitionen anschieben zu können. Der zweite Kritikpunkt, der auftauchte. Wir investieren zu viel. Das wurde insbesondere im Verteidigungsetat angeführt. Das passt aber nicht zusammen, entweder zu viel oder zu wenig. Und gerade, ihr seid gleich noch dran, ihr seid gleich noch dran und könnt da euch noch äußern. Wir investieren im Etat des Verteidigungsministeriums 2,7 Milliarden mehr, jetzt 37 Milliarden Euro und haben Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen, insbesondere für die Anschaffung von Korvetten. Wir wollen ein verlässlicher Partner internationaler Art, ein verlässlicher NATO-Partner sein und unsere Vereinbarungen und Erwartungen, die an uns gestellt werden, natürlich erfüllen. Und dazu gehört auch das angestrebte Ziel, 2 Prozent dieses Etats für den Verteidigungsbereich vorzusehen. Die Investitionen im Allgemeinen, dazu sei mir noch eine Anmerkung erlaubt. Natürlich werden die meisten Investitionen auf der kommunalen Ebene getätigt, leider in den letzten Jahren immer weniger. Und gerade nicht nur, aber gerade aus diesem Grund haben wir die Kommunen und die Länder in einem Umfang entlastet mit 150 Milliarden Euro in zehn Jahren, den es noch nie gegeben hat. Sogar der Bundesrechnungshof sagt inzwischen, dass er kaum noch bzw. keine Spielräume im Bundeshaushalt sieht, um eine Entlastung der Länder und Kommunen vorzunehmen. Das zeigt aber, wie sehr es uns daran gelegen ist, die Leistungsfähigkeit aller staatlichen Ebenen zu betonen. Der dritte Kritikpunkt, den ich gehört habe, ist eigentlich keine Kritik. Es wurde hier und da von der Opposition gefordert, mehr auszugeben. Das ist ja das gute Recht. Aber ich habe auch Lob gehört für einige Entscheidungen im Haushaltsausschuss und für einige Etatbereiche. In der Summe kann ich, glaube ich, sagen, liegen wir mit unserem Haushalt damit gar nicht so schlecht. Vielen Dank an dieser Stelle an das Bundesfinanzministerium, an den Finanzminister Herr Schäuble, an Ihr Haus für die gute Vorarbeit und natürlich an das Ausschusssekretariat. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen des Haushaltsausschusses, dass wir so konzentriert im parlamentarischen Verfahren gearbeitet haben. Fast alle Etats verzeichnen Aufwüchse. Insbesondere profitieren die innere und äußere Sicherheit. Und das möchte ich ausdrücklich betonen, ist sehr gut angelegtes Geld. Es wurde hier auch immer mal wieder aus meiner Sicht falsch behauptet. Richtig ist, durch die Steigerung der inneren und äußeren Sicherheit wird die Freiheit geschützt und nicht begrenzt. Sicherheit und Freiheit sind zwei Seiten derselben Medaille. Sie bedingen sich. Und in diesen unsteten Zeiten kann man das, glaube ich, immer nur wieder betonen. Wir kümmern uns auch um die soziale Sicherheit. Auch das wurde von den Linken teilweise bezweifelt. Aber ich glaube, die Zahlen sprechen ein deutliches Bild. 170 Milliarden Euro, das hohe Niveau wird gehalten. Das ist der größte, mit Abstand, der größte Ausgabeposten dieses Haushaltes. Und der Anteil der Sozialausgaben am Gesamtausgabenvolumen beträgt 52 Prozent. Mehr als jeder zweite Euro des Haushaltes fließt in Soziales. Und das ist, glaube ich, eine beachtliche Leistung. Und der Vorwurf, wir tun dort zu wenig, geht nun wirklich ins Leere. Weiterhin stärken wir die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe im BMZ und im Auswärtigen Amt. Auch hier wollen wir unserer internationalen Verantwortung nachkommen. Und hier den Menschen, und das ist doch ein nachvollziehbarer Grund, die hier bei uns ohne dauerhafte Bleibeperspektive sind, die Möglichkeit eröffnen, in ihrer Heimat oder nahe ihrer Heimat eine Zukunftschance zu haben. Daran werden wir weiter arbeiten. Und ich glaube, da lohnt sich jede Mühe. Und diese ganzen Ziele, die wir im Haushalt, ich konnte sie nur ansatzweise ansprechen, verfolgen, erreichen wir trotz erheblicher finanzieller Belastungen für die Situation rund um die Flüchtlinge. Wir haben im Haushalt rund 21 Milliarden Euro für diesen Bereich ausgegeben. Wir haben keine Steuererhöhungen vorgesehen. Und wir haben keine Ausgaben in anderen Bereichen gekürzt. Und trotzdem werden wir alle Vorschriften einhalten. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt wird eingehalten. Ich denke, der Haushalt bietet am Ende eine solide Grundlage, um Deutschland zukunftsfest und wachstumsorientiert weiterzuentwickeln und damit unsere Lebensbedingungen zu erhalten. Der Lebensstandard, das muss unser Ziel sein, muss unser Wunsch sein, den versuchen wir aufrechtzuerhalten. Das ist eine zukunftsgerechte, generationengerechte Politik. Und aus meiner Sicht gibt es am Ende keinen Grund, auch für die Opposition nicht, diesem Haushalt nicht zuzustimmen. Das sagt bei mir zu Hause sogar Frau Holle. Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit.